Wenn Nerats Stimme ein Meisterspion und Magier ist, warum steht seine Armee dann so zerlummt und chaotisch da? Ja, das ist eine gute Frage. Einen Augenblick lang betrachtet sie dich schweigend. Für mich sind sie Teil eines großen Ganzen. Sie gehören alle zu demselben heulenden, aufgerissenen, hungrigen, allesverschlingenden Maul. Nerats Stimme ist kein Gelehrter. Seine Studien dienen nicht dazu, die Welt zu verbessern oder der Vergangenheit Bedeutung zuzumessen. Er konsumiert Wissen, weil er dadurch seine Macht steigern kann. Sein Mob jagt dieses Wissen und bringt es ihm. Sie kichert. Sie grinst. Und offengesagt sind Grobian in vielerlei Hinsicht leichter zu kontrollieren als Gelehrte. Und du könntest jederzeit deine wüteren Freundin fragen, vorausgesetzt du vertraust dir. Was genau ist mit Kerngeschehen? Sie rümpft leicht die Nase. Einerseits weiß es jeder, andererseits ist sich niemand wirklich sicher. Sie grinst. Wirst du das verwirrt? Also im Kern war es so. Selbst zur besten Zeitung konnte man Kerng kaum als loyalen Untertan des Oberherrn bezeichnen. Er war zwar nicht so töricht, sich direkt gegen Kyraus aufzulehnen, aber er tat immer nur das absolute Minimum, um Blädenmarks Klingen zu entgehen. Oder seinen vernichtenden, missbedingenden Blicken. Kerng gehörte zu den Archonten, die Bläden Mark nicht mit Leichtigkeit töten konnte. Wie erstickt man einen gewaltigen Stein? Vermutlich wurde Kerng deswegen mit Hilfe eines Sedikts zur Strecke gebracht. Und was genau brachte das Fass zum Überlaufen? Was ihn dazu brachte, seine Befehle völlig zu ignorieren und die Tiermenschen in Azur zu bespringen? Darauf habe ich keine Antwort und ich glaube kaum, dass sie irgendjemand kennt. Aber ich kann dir mit einiger Gewissheit sagen, dass Kyraus schließlich davon überzeugte, an ihnen ein Exempel statuieren zu müssen. Kern behauptete, dass der Oberherr keinerlei Ansprüche auf die Stufen hätte. Schwer zu sagen, ob er es zu jemand anderem außer zu tun und den Tieren gesagt hat, aber das war schon genug. Geht auch vor den Archonten. Was willst du als nächstes wissen beim Wäugieriger, Freud? Ich wollte dich über den Reis von Terratus befragen. In meiner Funktion als Tunons Agentin bin ich schon sehr viel herumgekommen. Was würdest du gerne wissen? Über welche Streitkräfte außer denen in den Stufen verfügt Kyraus sonst noch? Das hängt ganz von den Bedürfnissen des Reichs zur fraglichen Zeit ab. Momentan, da die Eroberung der Stufen läuft, ist es den Archonten des Krieges unter Geheimnisse freigestellt, aggressiv zu rekrutieren und gewaltige Streitkräfte aufzustellen. Nunowal hat mir gesagt, dass der Schalach-Rote-Kor eine der größten Ansammlungen von Schurken ist, die in der jüngeren Geschichte unter einem einzelnen Kommandeur gedient haben. Die Geschweden von Archont-Esch haben ein besseres Arsenal und taktisches Verständnis als die meisten anderen Truppen im Herrschaftsgebiet des Oberherrn. Tunon herrscht über die nördlichen Königreiche und während er sich im Krieg befindet, werden seine Lande vor den Archonten der Trauer und des Verderbens bewacht. Dabei hilft auch der Archont des Winters, es sei denn, sie wenden sich alle gegeneinander. Sie haben von Oberherrn keine Genehmigung zum Erobern, aber sie unterhalten selbst in relativ friedlichen Zeiten persönliche Armeen. Und darüber hinaus? Nun ja, der Oberherr hat Dutzende Archonten, von denen die meisten übereigende Lande, Armeen und Magiergäden verfügen. Ich selbst habe nicht die gesamte Welt bereist, aber von Verlangen aus lebender Bronze bis hin zu annähernd splitternackten Bogenschützen die ganze Spinnenschwärme in die Schlacht treiben, habe ich schon von allem gehört. Ich überlasse es dir, wie viel Glauben du diesen Geschichten schenkst. Sie grenzt. Ich selbst habe eine Späche Schwäche für Spinnen. Das sieht man hier irgendwie ein bisschen an. Was weißt du darüber, wie ich die Aufmerksamkeit des Gerichts erregte? Sie hebt eine Augenbraue. Hast du die unpassenden Worte schon vergessen, die dich in unsere Gemeinschaft gebracht haben? In jedem Herrschaftsgebiet von Kyrus gibt es eigenständige Verhaltensregeln. Man kann nicht erwarten, dass sich jeder daran erinnert, in welchen Städten man die Lacher auf seiner Seite hat. Wenn man die Liebhaber der Gastgeberin mit ihren Haustieren zusammenbringt und welchen einen das vor Gericht bringt. Ich bezweifle, dass die Bestrafung zur Haut gewesen wäre, wenn ich die Annäherungsversuche der Magistratin nicht zurückgewiesen hätte. Doch ein guter Rat, du solltest niemals behaupten, dass die Geister einem Gouverneur als schillernde Fürze aus dem Hintern gefahren sind. Wenn ich gewusst hätte, dass mir meine Unmutsäußerungen über die Freiheit der Stufen eine Rolle bei der Eroberung einbringen würden, hätte ich es früher getan. Nehmen wir mal das Erste. Kurz gesagt war ich doch etwas überrascht, als der Richter auf deine Unschutzbekundung einging und sogar noch mehr, als er dir einen Platz bei Gericht anbot. Sie zog mir den Schultern. Vielleicht sah er etwas in deiner feinen Erziehung. Vielleicht sah er sogar einige deiner Errungenschaften voraus. Wie bist du Schicksalsbinderin geworden? Oh, ich verspreche dir, dass keine Geschichte langweiliger ist, als dieses alte Gewäsch. Ich bestehe darauf, du kennst meine Geschichte. Jetzt lass mal deine hören. Das hast du bestimmt schon hundertmal gehört. Mädchen trifft Junge, Junge unternimmt Komplottversuch, Junge wird von den Archäunden der Gerechtigkeit gezerrt. Mädchen plädiert für seine Freiheit, Archäunde der Gerechtigkeit lässt Jungen trotzdem hinrichten, bietet Mädchen aber eine Stelle an. Mädchen wird klar, dass sie als Schicksalsbinderin viel besser dran ist, denn als verstorbene Dissidentin ist irgendwas davon wahr. Sie kichert, zumindest der allerletzte Teil. Was kannst du mir über die Lande jenseits der Stufen erzählen? Nun ja, das Nordreich findest du jenseits der Landengen nördlich der Tore des Urteils. Für manche ist es groß genug, das Mittelreich zu sein, aber es gibt keinerlei Buchführung darüber, wie sich die Grenzen im Laufe der Zeit erweitern. Östlich des Nordreichs liegen Kardinalus, die Echolande und das Remani-Protektorat südlich davon. Weitergereist bin ich aber noch nie, vielleicht werde ich eines Tages vor meinem Tod noch die Lande im Osten sehen, wo Kyros geboren wurde. Ich bezweifle aber, dass meine Dienste für Thurnum mir jemals den Luxus gestatten werden, Terratus ein paar Jahre lang nur aus persönlichem Interesse zu bereisen. Ich höre immer wieder, dass die Bezeichnung Nordreich und nördliches Königreich synonym verwendet werden. Das ist zwar keine richtige Frage, aber ich kann deine Verwirrung verstehen. Einfach gesagt war das nördliche Königreich das Nordreich vor der Eroberung durch Kyros. Beide Namen beziehen sich kaum auf dasselbe geografische Gebiet, aus dem Archont Raven S stammt. Der Nomenkatalogische Unterschied ist dafür da, dass man weiß, über welchen historischen Zeitraum man spricht. Genug über Terratus. Was willst du als nächstes wissen? Ich dachte mir, du könntest etwas Interessantes über keine Angelegenheiten zu erzählen haben. Und dafür bist du zu mir gekommen? Sie kichert. Lass das bloß nicht den Schicksalsbinder der Überlieferung wissen, er würde die niemals vergeben. Nach welchen Antworten suchst du. Was sind Geister? Mittlerweile gibt es wohl kaum jemanden, der sich besser als du mit ihnen auskennt. Niemand weiß genau, warum sie erschienen oder woher sie kommen. Also warum sie erschienen sind. Wir wissen, dass sie von Magie angezogen werden, aber auch anfällig dagegen sind. Sie neigen dazu, sich in den Altmauern zu versammeln, aber ob sie das auf der Suche nach Arkana machttun oder von dort kommen, das weiß nur der Oberherr. Ich persönlich bin der Ansicht, dass sie dort zufrieden leben, bis sie etwas stört, so ähnlich wie ein Wespennest. Was kannst du mir über die Türme berichten? Du hast deinen Turm erweckt, von ganz oben auf die Stufen hinabgeschaut. Ich würde meinen, dass du mir viel mehr über sie erzählen könntest, als andersherum. Ich könnte dir wohl sagen, dass es sie im gesamten Herrschaftsgebiet des Oberherrn gibt, und zwar Dutzende. Sie ragen aus dem Land heraus und greifen nach dem Himmel. Umstürzen kann man sie wohl, denn im Reich gibt es eine Handvoll Turmruinen. Seit ihrem Bau hat sich Teratus aber verändert, also wurden einige Türme von den Bergen verschluckt. Manchmal von den Meeren. Vor der Küste der Insel nördlich von hier ragt einer aus dem Wasser empor. Ich hoffe, ihn mir eines Tages ansehen zu können. Mehr Fragen habe ich vorerst nicht. Ich möchte von dir ein wenig historisches Wissen erfahren. Ich kann nicht behaupten, mehr als Schicksalsbinarogalos zu wissen, aber ich werde dir gerne meine Sichtweise präsentieren. Wer hat deiner Meinung nach die Altmauern erbaut? Der Oberherr natürlich. Sie grinst breit, aber ohne ihre Zähne zu entblößen. Dann schüttelt sie den Kopf. Ist es von Bedeutung? Sie sind jedenfalls weg und wir nicht. Es wäre wohl interessant, das zu wissen und ich hoffe, dass du es mir sagen wirst, solltest du jemals dahinter kommen. Trotzdem gibt es im Hier und Jetzt nicht genügend Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst. Wie lange zieht sich Kyros Eroberung denn schon hin? Da du seit dem Beginn der Eroberung der Stufen vor vier Jahren bei uns bist, meinst du wohl die größere Vereinigung von Teratus. Sie wirft einen Blick in Richtung des Richters. Länger als alle bis auf den Oberherrn und eine Handvoll Archonten gelebt haben. Eine offizielle Antwort wirst du wohl nur im Kalender der wahren Zeitrechnung finden, aber unter uns, ich glaube, das ist bestenfalls ein Ansatzpunkt. Rechne einer Jahrhundert dazu, vielleicht auch zwei oder noch mehr. So wie ich es sehe, läuft der Feldzug äußerst langsam, dass sich der Oberherr immer genügend Zeit dafür nimmt, seine Herrschaft in jedem eroberten Land zu etablieren und es zu befestigen, bevor er das nächste Ziel ausweht. Was diesem nebenbei auch genügend Zeit gibt, unachtsam zu werden. Der Oberherr ließ ein ganzes Jahrhundert verstreichen, nachdem er Graven Ash gezwungen hatte, das Knie zu beugen, bevor er ihn auf die Stufen losließ. Das war sicher lange genug, um das Stufenvolk hinter seinen Bergen in trügerischer Sicherheit zu wehen. Ja, die waren ja auch mehr damit beschäftigt am Anfang, sich gegenseitig zu fleischen. Also das eine Stufengebiet hat das andere von Kyros kaputt machen lassen, weil sie es einfach gern gesehen haben. Was hast du über die Stufen gelernt? Sie sind ein bisschen trocken und felsig, aber das weißt du ja aus eigener Erfahrung. Sie lächelt. Du meinst, was die Geschichte der Gegend betrifft? Sie ist eine Halbinsel, die vom kontinentalen Festland auf drei Seiten vom Meer und im Norden von den Bergen isoliert ist. Ihren Namen trägt sie aufgrund der geologischen Formation, die jede Region wie mit einer Reihe von Stufen von der Bassstadtstufe nördlich des unburgsamen Landes und dann vom Meer im Süden trennt. Diese Formation ermöglicht im Zusammenwirken mit den Gebirgszügen, die Apex umgeben. Jahrhunderte nach der Ankunft der ersten Menschen die Entstehung einiger kulturellen vergleichbarer Nationalstaaten. Im Laufe der Zeit spaltete sich einige der größten Städte von ihren Königreichen ab und wehrten sich gegen die Rückeroberungsversuche des Adels. Größtenteils ging es sehr chaotisch zu. Jede Familie führte gegen ihre Nachbarn wegen allen Punkten Krieg, über die man sich nicht einigen konnte. Land, Familie, Ehre, Aberglaube, die besten Farben, der schilderndste Fisch, sie schüttelt den Kopf. Ganz zu schweigen von ihren lächerlichen Ansichten, über Magie oder den kulturellen Rollen von Mann und Frau. Sie seufzt, während sie mit dem Daumen und Zeigefinger den Nasenrücken reibt. Ich hatte schon mehrmals mit Tiermenschen zu tun. Gibt es etwas, was ich über sie wissen sollte? Ich weiß, dass man sie in den Stufen als Tiermenschen bezeichnet. In anderen Ländern haben sie ganz verschiedenen Namen. Wanderer, Heuler oder Höhlenvolk. Und es sind nur die, die ihnen halbwegs nahe kommen. Sie selbst scheinen keinen Namen für sich zu haben, jedenfalls nicht über ihre Stämme hinaus. Der Oberherr hat nicht einmal einen Rechtspringriff für sie angeordnet. Tatsächlich lässt ihr Status unter dem Oberherrn etwas Interpretationsspielraum zu, was ich schon immer etwas merkwürdig gefunden habe. Denn er ist so groß, dass es kein Zufall gewesen sein kann. Hast du einen Ratschlag, wie ich mit ihnen umgehen sollte? Sie denkt einen Moment darüber nach. Man sollte sie niemals unterschätzen. Sie sind zwar nicht dumm, aber sie denken einfach anders. Alles scheint bei ihnen so unmittelbar zu sein, so instinktiv abzulaufen. Bei ihnen heißt es immer sofort, sofort, sofort. Außerdem haben sie einen Hang zum Physischen. Mit Einschüchterungsversuchen kommt man bei ihnen oft weiter als mit logischen Argumenten. Aber nur ein wahrlich beeindruckender Mensch kann einen Tiermenschen beeindrucken. Davon abgesehen, sie leben in matriarchalischen Clans. Und wenn man nun über Glauben mag, so unterscheiden sie sich physikalisch ziemlich deutlich voneinander. Manche sagen, sie seien einst Menschen gewesen oder dass sie Menschen aus ihnen hervorgegangen sind. Aber kein ernsthafter Gelehrter schenkt diesen Argumenten viel Glauben. Mit seitlich geneigten Kopf kreist sie mit den Schultern. Wenn du noch mehr wissen willst, würde ich dir raten, einen von ihnen zu fragen. Sieh dich dabei natürlich vor. Hast du jemals Schicksalsbinderin Mytheos getroffen? Sie lacht. Diese alte Bekloppte. Ihre Augen flackern erst zu Thunan, dann zu Hougas und bleiben schließlich auf dich gerichtet. Natürlich, in ihrem Leben hat sie ein oder zwei Edikte verlesen. Hat sie wohl ein bisschen aus Erfassung geraten lassen, glaube ich. Sie hat sich größtenteils aus dem aktiven Dienst zurückgezogen und ruht sich, unterstützt von Reichtum, den man als Agentin des Gerichts anhäufen kann, auf vergangenen Errungenschaften aus. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie schon gestorben wäre. Sie sprach recht während der letzten Eroberung, also muss sie jetzt schon über 100 Jahrhundert sein. Sie renkt darüber nach und verfällt den Schweigen. Das reicht mir momentan in puncto Geschichte.